Hallo alle zusammen, heute gibt es was ganz interessantes und zwar habe ich für euch etwas vorbereitet im Segment Getriebe und da möchte ich euch eine Mechatronik zeigen. Ihr wisst bestimmt nicht was es ist, aber ich werde euch ein bisschen was zeigen bezüglich der Funktionen, was für Fehler es da so gibt und auf was man so zu achten hat. Bleibt dran, wird auf jeden Fall interessant. So sieht die Mechatronik aus. Ich versuche euch mal das Ganze mal von einer ganzen Perspektive anzuzeigen. Da reden wir heute drüber, das ist ein relativ komplexes Bauteil wie ihr seht. So sieht das Ganze aus. DQ381 Mechatronik. Ich erzähle euch mal ein bisschen was gleich dazu. Also ihr seht schon, da läuft die ganze Zeit Öl raus. Fangen wir mal mit der Mechatronik an sich selbst an. Ich werde euch im Laufe der nächsten Videos irgendwann mal Schritt für Schritt bestimmte Bauteile erklären. Unter anderem wie ein Getriebe funktioniert, was eine Mechatronik genau macht, beziehungsweise wo sie eingebaut ist, wie eine Kupplung funktioniert und so weiter und so fort. Und ich möchte jetzt mal mit der Mechatronik anfangen, weil ich da zeitlich am besten hinkomme mit dem Ganzen. So eine Mechatronik wie hier ist quasi verschachtelt hinter einem Deckel im Getriebe eingebaut und es gibt drei Arten von Getrieben. Man unterscheidet zwischen Schaltgetriebe, automatisiertes Getriebe und Automatikgetriebe. Das sind so die drei grundlegenden Dinge, die man unterscheidet. Bei einem manuellen Getriebe werden die Gänge manuell geschalten. Also das heißt, ihr habt einen Schalthebel, so konventionelle Haarschaltung und ihr legt die Gänge ein, indem ihr die Kupplung drückt und dann die Kupplung loslasst. Bei einem Automatikgetriebe, also sage ich mal Standard, ist es so, da habt ihr einen Wandler, ihr habt Planetensätze, ihr habt Magnetventile, über den Öldruck wird dann ein bestimmter Planetsatz geschalten und das ist so das Ausschlaggebende mit dem Wandler. Das hier ist ein automatisiertes Getriebe. Warum? Weil das eigentlich ein Schaltgetriebe ist, das über diese Mechatronik fährt wie ein Automatikgetriebe. Also ihr habt eine Kupplung, ihr habt oder zwei, ihr habt Steller, quasi Gangsteller und Schaltmuffen und das Ganze und deswegen wird das als automatisiertes Schaltgetriebe bezeichnet. In was für ein Fahrzeug so eine Mechatronik eingebaut ist? Die ist typisch für einen Golf 7, Audi A3, S3, also dieses DQ381 und da gibt es auch einen Vorgänger und der heißt nämlich DQ380. Interessant ist bei VAG allgemein, dass wenn ihr so ein Getriebe habt und ihr habt zum Beispiel DQ200, dann könnt ihr grob, also es ist ein grober Richtwert, aus meiner Erfahrung davon ausgehen, dass das Getriebe ungefähr, also die Zahl, die dahinter steht, auch im Drehmoment mindestens mal überträgt. Also dieses DQ380 hat 380 Newtonmeter und das 381er hat 420 Newtonmeter, also das ist auch etwas stärker, was das Ganze angeht. Ja, gehen wir weiter. Ich zeige euch mal, was da so das Wichtigste ist an dem Ganzen. Fangen wir mal an mit dem Steuergerät selbst. Ihr habt hier ein Steuergerät, das für die ganze Ventile, wir haben hier zum Beispiel die Wegsensoren für die Schaltgabeln und zwar in welcher Position sich quasi die Schaltgabel befindet, also zum Beispiel erster, zweiter, dritter, vierter und so weiter. Die sind relativ wichtig, um zu erkennen, welcher Gang eingelegt ist oder eben Neutralgang. Dann haben wir die Eingangs- und Ausgangsdrehzahlen. Wir haben hier die Druckversorgung für die Kupplung, also da werden quasi die Kupplungen gedrückt und der Öleingang. Wir haben noch hinter diesem Deckel befinden sich die Kupplungspositionssensoren, also es sind zwei Stück, weil wir ja zwei Kupplungen haben, also da wird immer abgewechselt zwischen geraden und ungeraden Gängen. Da werde ich euch mal einen Link in die Beschreibung mit reinpacken, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser versteht in einem virtuellen Video. Ich drehe mal das Ganze um. Auf der Rückseite gibt es relativ wenig zu sehen, also wir haben hier die ganzen Anschlüsse von den Magnetventilen. Hier ist dieser Zentralstecker, das funktioniert auch über Datenbus, also es ist nicht mehr so, dass man irgendwelche Signale großartig messen kann, also prüfen kann man das oder so nichts. Da kommt ein Dateninformationssignal dann an das Motorsteuergerät oder an Zentralelektronik, je nachdem was da so benötigt wird. Das kann auch sein, wir haben sogar einen Tacho noch mit drauf und so weiter. Also dieses Signal ist relativ wichtig. Man sieht diese Magnetventile hier, die dann für bestimmte Schaltungen zuständig sind. Also es gibt ganz viele Ventile, viele von diesen Magnetventilen, die für irgendetwas zuständig sind. Unter anderem Magnetventil für Gangsteller, Magnetventil für Kupplungsventil. Dann gibt es noch ein Multiplexventil, ein Hauptdruckmagnetventil. Das ist alles irgendwo hier noch verbaut, genauso wie ein Sicherheitsventil und so weiter und so fort. Also es ist wirklich sehr komplex und für die Kupplungen, so wie ich das sehe, sind wahrscheinlich die zwei großen Ventile hier zuständig. Die sind für die Kupplungen, also quasi für den Hauptdruck der Kupplungen und die kleinen sind für die Gangsteller. Man wird dann quasi über den Druck, werden dann die Gänge geschalten. Das ist so mal das Wichtigste. Und was interessant ist, gegenüber dem Vorgänger, das DQ380 hatte nur eine Hauptölpumpe, also eine mechanische. Und das DQ381 hat zwei Ölpumpen. Einmal die mechanische Pumpe für die Grundlast und die elektrische Pumpe für Bedarfsspitzen. Das heißt, zu bestimmten Bedingungen, wenn das Getriebe relativ stark ausgelastet ist. Der Vorteil an dem DQ381 ist noch, wir haben im Getriebe noch, das kann ich euch natürlich nicht zeigen, ein Kegellager ersetzt durch Kugellager. Dadurch rollen die Räder und die ganzen Wellen auch viel einfacher. Und ein ganz großer Vorteil, den ich sehe an dem Ganzen ist, dass dieses Getriebe, also man sieht hier auch, diese Mechatronik hat auch ein anderes Öl. Man hat bei den Vorgängern einen Wechselintervall von 60.000 einhalten müssen und bei diesem Getriebe, beziehungsweise Mechatronik wurde das auf 120 erhöht, genauso wie die Kühlung und so weiter und so fort. Also es gibt viele Vorteile an dem Ganzen. Wobei, ja, es ist etwas sparsamer ausgelegt, wenn jemand da Tuning-affin wäre und sagt, er möchte ein Fahrzeug mit viel Leistung fahren, wäre es vielleicht nicht unbedingt die empfehlenswerteste Getriebe-Mechatronik. Kommen wir noch zu den kurzen Fehlern mit diesen Mechatronik-Geschichten. Es ist vorweg gar nicht einfach. Es ist wirklich schwierig zu sagen, wenn ich den Fehler habe, habe ich das, wenn ich den Fehler habe, habe ich dies. Übrigens, boah, vorweg, falls jemand mit der Mechatronik Probleme hat, ist es wichtig, dass ein Fachmann sich das Ganze anschaut und über die Ist- und Soll-Werte und über die, ja, sag ich mal, Erfahrung schon mal rausfindet, wohin geht die ganze Reise. Ich fange mal an. Als allererstes, bevor man so eine Mechatronik ausbaut, muss man sich sicher sein, dass es bestimmte Grundausbaupositionen gibt, zum Beispiel die Neutralstellung und so weiter. Genauso wie beim Einbau, falls man irgendwelche Komponenten erneuert hat oder man die Mechatronik generell ausgebaut hat, sagt der Hersteller, man muss eine Initialisierungspfad durchführen. Und das ist nämlich auch wichtig bei so einer ganzen Mechatronik, dass sie diese Endanschläge anlernt und die Adaption zurücksetzt, dass sie quasi von Neuem anfängt zu lernen. Kommen wir mal zu den Fehlerbildern, was zum Beispiel bei solchen Mechatroniken relativ bekannt ist. Das sind diese P0, Cäsar 2, Bata 00, Ansteuerung, Zusatzpumpe. Dann gibt es noch, ich liste euch mal die Liste auf. Und diese Fehler sind relativ leicht zu beheben. Es gibt an der Seite von der, sag ich mal, wenn die Antriebswelle in Fahrtrichtung rechts drinsteckt, ist an der Seite mit fünf Schrauben so eine elektrische Pumpe drin im Getriebe. Und diese Pumpe ist relativ leicht zu erneuern. Und ja, ich sage mal, das ist so der schnellste Weg, ohne großartig eine Diagnose zu stellen. Aber nochmal darauf zurückzukommen, es ist nicht einfach zu sagen, ja, der und der Fehler ist es. Ich komme nochmal darauf zurück, was es denn alles so sein kann. Denn, jetzt Beispiel, wir nehmen gerade diesen Paula 17.5 E-Mail, Kupplung 1, Schließpunkt unbeabsichtigt. Was wir schon mit diesen Mechatronik, sage ich mal, Steuergeräten oder Einheiten schon hatten, waren, ich zeige euch mal die andere Seite, und zwar, wie merkt diese Steuereinheit denn überhaupt, ob die Kupplung ungewollt schließt oder nicht, und zwar an der Eingang- und Ausgangsdrehzahl. Über diese zwei Sensoren misst dann das Steuergerät, ob da eine Drehzahl stattfindet oder nicht. Wir hatten mal ein kaputtes Nadellager, quasi im Schwungrad, und dadurch hat die Welle zum Beispiel mitgedreht. Dann hatten wir schon mal, dass die Ventile undicht waren, ja, also wenn ein Ventil nicht hundertprozentig dicht ist, also so ein Ventil wie hier, dann kann das schon sein, dass das etwas durchlässt und bestimmte Gänge oder Kupplungen, je nachdem, halt eben nicht in Losstellung sind. Dann gab es auch sogar Fälle, wo die Mechatronik überhaupt nichts hatte, also sie war komplett ganz, und da war das Problem, dass das Ausrücklager defekt war, ja. Das Ausrücklager hat sich teilweise zerlegt, hat sich verfressen, und dadurch ist die Kupplung die ganze Zeit mitgelaufen, und man hat quasi dann den Fehler gehabt, dass einer der Sensoren gemerkt hat, ja, die Kupplung trennt nicht richtig. Also, es muss nicht immer das sein, aber es gibt wirklich verschiedene Sachen, und da muss man wirklich aufpassen bei so einem Fehler, dass man das wirklich genau anschaut. Und unter anderem, einer meiner letzten Punkte wäre zum Beispiel ein Fehlercode, der wäre so das fieseste, sage ich mal, der P175-Dora. Kupplung öffnet ungewollt. Das ist natürlich auch eine harte Sache. Wenn ihr solche Fehler habt, bei denen das passiert, dann wird es schwierig, denn das ist auch wieder so ein Mehrfachfehler, wo nicht eindeutig identifizierbar ist. Also, man muss wirklich viele Sachen prüfen, man muss sich da wirklich auch einlesen oder fit sein in die Diagnose, weil es könnte ja unter anderem sein, dass die Kupplung selbst rutscht, weil er erkennt halt über die Drehzahlen, dass die Eingangsdrehzahl, also die Drehzahl, die reinkommt, mit der Drehzahl, die rausgeht, nicht übereinstimmt. Okay, dann meckert er schon rum. So, es kann ja aber auch sein, dass die Kupplung verölt ist, weil eben halt ein Dichtring vom Getriebe undicht ist, hatten wir auch schon gehabt. Dann könnte ja sein, der Gang springt raus, also ungewollt, dass das Getriebe eben halt ein Problem mit den Schaltmuffen hat. Das könnte natürlich sein. Dann ein Beispiel, wir haben einen kaputten Druckspeicher. Der Druckspeicher hat eine Undichtigkeit, baut den Druck ab und dadurch hält die Kupplung eben nicht oder die Kupplung schaltet nicht richtig. Dann nochmal ein Fehler. Wir hatten schon mal, dass das Getriebe eben schlecht schaltet, weil es einen mechanischen Defekt hat, durch zum Beispiel schlechtes Öl oder kein Öl oder Ölverlust und so, hatten wir auch schon. Bis quasi zu komplett defekter Mechatronik, wo intern einfach eine Leckage hatte. Also genauso wie so ein Magnetventil. Man kann das nicht ausschließen, ja, wenn ein Magnetventil den Druck nicht hält. Es ist wirklich vielfältig. Und ich wollte euch nur mal so ein kompaktes, komplexes Bauteil heißen. Und warum heißt es Mechatronik? Weil es mechanisch, elektrisch etwas steuert. Also eigentlich elektrohydraulisch steuert es bestimmte Vorgehensweisen im Getriebe. Und ja, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall ein bisschen Spaß gemacht. Es ist schwierig, ja, da großartig was zu zeigen in einem Auto und wie das gesteuert wird, weil, ja, das braucht viel Vorbereitung und Organisation. Und ich versuche jetzt schon quasi es relativ einfach zu erklären, dann wird es noch kompliziert. Aber wie gesagt, in der Beschreibung, in diesem Link findet ihr einige Sachen. Genauso wie die Verwendung von diesen Getrieben, wie das eigentlich mit diesen DQ-Getrieben, äh, wie das mit diesen Steuergeräten quasi mit den Getrieben ist. Da blende ich euch auch noch was ein, wo das quasi angewendet wird und das Ganze. Ja, ich wollte mich recht herzlich bedanken, dass wir das Ganze zusammen angeschaut haben. Falls noch irgendwelche Fragen offen stehen, äh, stehe ich euch zur Verfügung und, äh, genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall.